Hallo mein Lieben Dutzers und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Cubic. Ich wollte euch nur sagen, dass die erste Folge eigentlich die zweite Folge war. Er ist ein bisschen fail gewesen, aber eigentlich war es die zweite Folge und deswegen kam es so plötzlich. Und jetzt habe ich auf einmal wieder ganz viele Leute und es liegt daran, dass ich momentan halt Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm habe, dass der manche Sachen einfach nicht speichert. Ihr könnt hier sehen, habe ich zum Beispiel auch wieder ganz viele Ressourcen und ich habe drei Dubstep Guns. Ich habe Bock, die mitzunehmen. So, dafür brauche ich Redstone, Diamant und TNT. So, Redstone nehmen wir uns einfach mal aus der Kiste raus. Dias und TNT hier unten, glaube ich. Ja, und dann können wir die auch schon betreiben. Ich habe gerade Bock auf die. Also, die spielen halt, das sind halt Dubstep Guns und hier könnt ihr mal sehen, habe ich auch so einen kleinen Weg gebaut. Finde ich echt lustig an sich. Und ja, hier ist die erste Dubstep Gun. Oh, shit. Okay, Leute, ich glaube da. Fuck! Shit! Dubstep Gun! Fuck you! Leute, das macht Spaß! Und die würde ich lieber hier nicht nutzen. Hier ist auch meine Rakete. Hallo. Ich habe leider keinen Treibstoff, was momentan auch mein Problem ist, warum ich bis jetzt noch nicht ins Ei geflogen bin. Aber könnt ihr mal sehen, hier Explosive. Da explodieren die Sachen aber wirklich, Leute. Ist ja nicht so ein Gag oder so. Die gehen wirklich weg. Und dann gibt es auch den Badkiller, aber den hat, da hatte ich ehrlich gesagt nicht so die Lust, den dann zu kraften. Ja, und ja, muss ich nochmal gucken, wie ich hier reinkomme. Nein! Nein! Easy get rekt. So, haben wir es. Ding, ding! Nein! Nib Nib! Nein! Nib Nib! Nimm ihn dafür in mein Haus! Weg hier! Äh! Ha! Scheiß Penner! Oh! Hat der irgendwas tolles? Yo! Was hat er... Was hat er gedroppt? Yo! Da kommt er! Mit einem... Dauntaker mit Slam! Blah! Scheiße! Walalalala! Dass sie ihn nicht töten, ne? So, ich... Da hab ich ihn! Und... So! Können wir kurz reingehen? Da hab ich ihn... Oh shit! Den will ich haben, den Hut! Der ist toll! Kurz mal zu nem... Tiermorphen! So, Leute! Ich wollte einfach nur sagen, dass ich in der... Zweiten Folge... Also in Anführungszeichen... Creeper, fuck you! Fuck! You! Creeper! Das war knapp, Leute! Aber ihr könnt ihr sehen, ich hab ja auch so gut wie... äh... nur unendliche Farmen... Rasparries! Und die könnte ich jetzt unendlich weiterfarmen, hab aber grad nicht so Lust! Und... Hö! So! Und ja! Ich hab auch, ähm, noch ein neues Feature hinzugefügt, damit ich nicht immer diese lästigen Treppen... nehmen muss, hab ich hier... Leute! Achtung! Ich spring hoch! Bam! Wihi! Toll, oder? Ich hab den Elevator jetzt gebaut. Das ist auch der Grund, warum... Da jetzt zum Beispiel es auch zu ist, kann ich auch hier hoch... zum Snipen... falls ich irgendwann mal... eine kriege... Und dann könnt ich euch... äh... Böh... öh... Und hier ist die andere... könnt ihr auch sehen... und... Bam! Schuhe! Ich muss ich kacken! Mö! Ich sitz einfach im Toilettenwasser, Leute! Ey, das müssen wir ändern! Geni! Oh ja! Oh, wir werden zu Corn Crafter, Leute. Do you wanna be like? Und, Leute, habt ihr schon gesehen? Da ist die Tadis. Kennt ihr die noch? Die gute Eile Tadis. Ich bin Corn Crafter. So, Leute, meine Aufnahme ist komischerweise einfach so abgeschmiert. Ich hab keine Ahnung, warum. Und fuck you, Creeper. Komm, komm, komm. Okay. Okay, wow. So, ich guck nochmal, was ich mir von Thermal Expansion machen kann. Thermale Expansion, Leute. So, halbischöne, Entschuldigung. So, Aktivator, Terrain Zerschlager. Und, was ist das? Nein. Es hängt sich beim Auf, Leute. Und jetzt geht's wieder. Nullifizierer. Redstone. Cool, Turin. Okay. Okay, okay. Machine Frame. Irgendwann passiert. I'm not a dick at them. Äh, Kupfer, Zahnrad. Debugger. Multimeter. Hä? Okay. Ähm. Gibt's noch irgendeinen Mod, den ich austesten könnte? Okay, Leute. Ich werde kurz mal in Game Mode gehen. Aber nur, um nachzugucken, welche Mod zu suchen. Und es wird jetzt auch... Oh, okay. Es wird jetzt auch nicht irgendwie so ein total guter Schnitt sein. Ich werde das einfach hier... Flans Mod. Ich suche irgendeine Technik. Irgendwas Technik. So ein Technik-Frieglui. Popen-Blocks. Armbus. Naturi-Eich. Cursor. Kran-Magnet. Kran-Motor. Balken. Kankontrolle. Kartoffel. XP-Dusche. Okay, Leute. Da bin ich. Drei Eisen. Obsidian. Really? So einfach? Eins, zwei, drei. Scheiße, wie komme ich an Obsidian? Gimma, Gimma. Zero. Ich glaube, hier hatte ich noch ein Packet. Ich muss irgendwie... Oh, Gott. Ich muss auf ein Dingshör kommen, was ich Lava höre. Oh, fuck you. Ich komme zu dir, Bruder. Oh, blablabla. What the fuck? Was war das für eine Kombo, Leute? Was ist das für eine Kombo,? Ah, genau. Hier. Ja, hier habe ich mir sonst meinen riesigen Bild gebaut. Aber ich denke... Da habe ich das Lava. Hab ich das Lava, genau. YOLO. Ah! Gimma, Gimma. Gimma. Was ist das? Nein! Nein! Komm, Crafter schlägt zurück! Nein, Bruder! Oh, hey, Creeper! Bro! So gut, Leute! Liegt uns einfach nicht! So! Okay! Black! Black! Fuck you! Aber ich denke, wir könnten das noch aufholen, indem wir jetzt einfach, ähm... Indem wir einfach jetzt um die Eule wären! Und einfach mal auf der Map kurz gucken... Ja, hier irgendwo war doch Lava! Ja, da! Okay! Okay! Wow! It's so nice! Weißer! Oh! Hello! Ehhhhhhhh! Heeeeee, Neee! Raus, 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 raus! Okay, so... Perfekt, Leute! Warte, fangen wir einfach in die Richtung, weil wir alles so gewünscht haben. Nein, die Explosive nehmen wir raus. Die Animations! Jesus! Warte, 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 warte! GOOOOO! Hier Leute, BOOM! Edgar, rest in peace! BOOM! 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 in die Lava laufen das war wirklich knapp Leute da planten wir einfach das Wasser und der bekommt auch obsidian so da sind wir du? fick dich ich nehme einfach einen Eimer Lava mit oder auch mehr zack zack ein paar Eimerschen Lava ey Leute das geht klar so ganz inventar voll kann man hier schön aufräumen in den Rucksack wenn wir die Lava machen das ist ein Rucksack das ist ein Rucksack aber ja das ist ein Rucksack das ist ein Rucksack das ist ein Rucksack das ist ein Rucksack Oh, und Leute. 3, 2, 1. Mit einer kleinen Tadelserfenkirb. So. Und runter, Leute. Da ist ein Hexenspawner. Der ist noch nicht gelootet. Okay, wow. Das ist so großartig. Nice shot. Schablone. Ja, püßt, okay. Trotzdem mag ich keine Hexen weg hier. Spockock. Oh, Spockock. Okay, Leute. Okay, wow. Da ist ein Meer. Ich muss es überbrücken. Easy get wrecked. Easy get wrecked. Easy get wrecked. Oh, Dittenfisch. Go, go. Go, go. Go, go. So. Guckt euch das mal an, Leute. Wie schnell wir hier einfach durch gehen. Woohoo. Tittenfisch, metade. Tittenfisch, metade. Töter tape. What the fuck is this? Hallo. Ich will Freunde, ich will Freunde, ich will Freunde, so, ich bin auch gleich da hin, so, leck, tut mir leid, Leute. So, da nehmen wir dann, Freunde. Nein, ich will die Stirn. Oh Gott. Äh, da rein. Und wo kämpfen sie natürlich? Vor meinem Haus. Oh. So Leute, ich wollte eigentlich auch nur noch dazu, äh, wollte auch nur noch erwähnen, dass, ähm, andere, andere Projekte, was würde ich sagen, aber, ähm, andere Sachen wie TTT oder Bad Wars, möchte ich eigentlich nicht vernachlässigen. Ich werde gucken, wie es dann läuft. Okay, das ist voll. Ah, genau. Ich brauche jetzt die... Oh, du bist. Hat zu. Hat zu. Hat zu. Ich brauche jetzt noch die Sticks. Ich brauche jetzt noch die Sticks. Ich brauche jetzt die Sticks. Okay, ich brauche jetzt die Spiegel. Und die Diamond Drill. So, dann mache ich kurz den und den. Ich brauche jetzt die Sticks. Es ist so viel. Ich brauche jetzt meine Sticks. Das ist das N-I-D-D-D-D. Ich brauche jetzt zu, also von Understand. Ich brauche jetzt wie das Wasser. Ich brauche jetzt mal nur noch die Sticks selbst. Ich brauche hier. Ich brauche jetzt zuerst wir nach so delen. Leute, und da haben wir unseren Obsidian-Block, den wir dann gleich für die, für die XP-Dusche nutzen. Ich glaub, es war so. Eine XP-Dusche. Wo können wir den hinmachen? Hier so offensichtlich? Hey! Können wir duschen? Wie duschen? Wie duschen? XP-Dusche. Jaaa. XP-Dusche. XP-Dusche. Wie viele? Okay, eine. Also, guck ich mir nur in die. Okay, da gibt's schon einiges mehr. Da gibt's schon einiges mehr. Kombinierer. Okay, das war Terminal X. Achso. Pension. Ok. Project Red. Terminal, 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 Terminal. Hier kommen die Flops. Und Pnummer. Und Pnummer, die Hibbi. Hier. Hier. Hier ist nun, okay. Hä, Moment hier, Moment hier, Leute. Game Mode 1. So. Hier. Oh, jetzt! habe ich ja die XP-Dusche gefunden Funktioniert hier auch, oder brauchen wir noch was anderes? Kranmotor? Nee, nee. Oh! Oder Leute? Vielleicht? Wir tauschen uns einfach aus, okay? Das ist ein bürgerer Tausch, Leute. Aber wieder hier in die Ecke. Kommen die reinzu? Uge, 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 uge. Ne, hat nicht funktioniert. Gut, dann darf ich es wieder weg. So, Leute. Und ich denke, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, what the fuck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dann soll ich einfach mal... Das war's für heute. Bis zum Bade. Hab's gleich. Ich bin zu kreuzig. Ich bin zu kreuzig. Ich bin zu kreuzig. Also, das war's für die heutige Folge Minecraft-Cubic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Okay, Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.